Der Bun von Forest Green. Wasserabreisende Material. Gut gepolstert. Der hat zusätzlich auch noch einen Hüftgurt. Vollständige, zu öffnende Rückseite. Ein Topfach und noch ein Fach für ein iPad. Unterteilte Fächer. Dieses Quick-Access-Fach von der Seite. Gut stauer. Der ist für Schuhe gedacht. Also hier sind zwar die Schuhe drin, aber da passen safe noch ein, zwei Ausdruck rein. Und wie ihr sehen könnt, der ist gut gepackt. Aber hier oben ist auch noch ein Easy-Platz, um ein bisschen Gewicht abzufiedern. Hier unten noch ein Gurt. Ist auch gleichzeitig ein eigenes Slingbag. Hier oben zwei extra Fächer. Und hier vorne ist sie auch noch mal unterteilt.